Ja, hi, ich bin's, der Pop-Titan. Ich suche jetzt wirklich, ich bin hier in der Matrix, an einem unbekannten Ort und ich suche jetzt wirklich dich. Wie gesagt, wenn du mitlaufen willst, die 80 Kilometer, wenn du bereit bist, mich kennenzulernen, dann kannst du mich gerne kennenlernen und dann kannst du hier in meine Matrix kommen. Ich bin an einem unbekannten Ort, diesen Ort gibt es nicht auf der Erde, ich verrate jetzt auch nicht wo. Und ich würde mich freuen, wenn du einfach dich endlich mal meldest. Nicht nur anrufen mit unbekannter Nummer. Wie gesagt, ich suche diejenige und diejenige wird es an meiner Seite sehr, sehr gut haben. Ja, ist der unbekannte Ort, ich verrate ihn dir nicht. Ich bin jetzt hier in der Matrix, ich bin hier jetzt in meinem Ort. Diesen Ort gibt es nicht auf der Welt und ich würde mich super freuen, wenn du mit mir in diesen Ort kommen würdest. Hier gibt es Brücken, hier gibt es Gebäude, hier gibt es ein paar Pflanzen. Aber ich kann dir nicht verraten, was das für ein Ort ist und wo es ist. Es ist in meiner Matrix und es wird noch weiter gebaut, wie gesagt. Aber es gehört alles dir, wenn du mit mir zusammenkommst. Es ist alles deins. Es gehört dir mit ein Teil davon. Wenn du glaubst, ich bin verrückt, das bin ich nicht. Ich kann dir zeigen, was ich bin. Jetzt weißt du, was ich bin. Also von daher, lauf mit mir die 80 Kilometer. Werd meine Frau oder whatever. Aber ich suche halt was Festes. Und komm mit mir in meine Matrix. Ich werde jetzt noch schön in meiner Matrix, weiß ich nicht, in Cappuccino oder in Kaukau trinken gehen. Oder irgendwas Alkoholisches. Man muss mal gucken. Ich ernähre mich natürlich gesund. Ich bin sportlich fit. Ich werde jetzt hier an meiner Matrix umher gehen. Alles klar. Du kannst mir kurz folgen. Wasser ist da. Ich habe auch einen Draufmacher zu sehen. Aber es ist alles noch nicht offen. Wie gesagt, ich bin jetzt nachts hier angekommen.